Die Partner-Handwerker-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. In der Alpbäckerei Wörz in Laichingen werden bereits seit 1935 köstliche Brotspezialitäten und vieles mehr hergestellt. Die traditionellen Brote aus Natursauerteig entstehen hier noch durch liebevolle Handarbeit. Dabei bevorzugt man nach Möglichkeit die Verarbeitung regionaler Rohstoffe. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Backen mit Urdinkel. Dem hochwertigen Teig gönnt man seine Zeit, damit sich das Aroma bestmöglich entfalten kann. Für die beliebten Kuchen, Partybrezen und kreativen Festtagstorten werden selbstverständlich keine Fertigbackmischungen verwendet. Der hohe Qualitätsanspruch zieht sich nicht nur durch die Brot- und Gebäcksorten, sondern zeigt sich auch in der äußerst zuvorkommenden Kundenbetreuung, die in diesem Familienbetrieb keine Wünsche offen lässt. Nicht umsonst gibt es eine klare Empfehlung von der Partner-Handwerker-Redaktion. Allbäckerei Wörz – ehrlich, herzlich, lecker!